anhand hier die Beziehung ist gar nicht da oh mein Gott doch vorliegen du hast noch nicht mit der vierte ja wohl Vielleicht schaffe ich das noch, um einen Panzer zu holen. Was dir auch sehr viel bringt. Boah, ich hab einen Panzer geholt, ey. Oh mein Gott, ist das eine Armee und die geht, glaube ich, gleich auf mich. Jawohl. Holy shit, die werden jetzt alle kommen. Wir müssen uns vorbereiten auf diese Invasion. Da kommen sie, da kommen sie alle angefahren. Okay, ich würde sagen, wir können eng werden. Eieieiei. Das sind nicht gerade weniger. Wer nicht gut über den Sammler da oben lang fährt. Der Sammler ist echt da. Ah, er ist der zweite Sammler. Aber der Wirtschaft in der Linie ankommt, das ist das für mich, das ist für mich. Also, er ist vielleicht das. Der Gegner Jagd auch eher mein Sammler ist das für mich, was für mich ist. Ja, ich bin gespannt. Ja, ich bin gespannt. Gut, Kipfer. Ja, ich bin gespannt. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. gleich in der Aufnahme zeigen und ja mal umgekehrt der Gegner hat mich auf ein so hat der Gegner auch noch was damit leichtes Spiel es wird auch dazu ausreichend ein paar Truppen jetzt haben und die Gegner mit machen ich habe gerade eine Kiste gesehen so die beiden hier geht mal hier auf den Tum schießen was er hat deswegen der Festplatte da drin ist deswegen kann es auch übrigens rausziehen so und diese Mission ist auch gleich erledigt und die Stimmung wird immer mehr ein Keller meine Leute meine Damen und Herren draußen wird immer noch weil ich gesagt die Mission war auch jetzt nicht so schwer ich meine Fails haben wir ab und zu mal drin obwohl das gerade ein extremer Win war das gerade oder jetzt ja das war irgendwie aber eher zufällig das war ein mega Zufall was für eine Datei ich kümmere mich gleich wir haben die Wissen gleich liebsten und verabschieden so ja ja ein Let's Player der der ist Let's Play Dream wenden weil er lieber zocken will ja was wir jetzt nicht gerade schon tun aber egal warum stehen was steht denn hier noch was steht denn hier noch meine Freunde du musst auch jemals stehen ah eine flalalalak das letzte Gebäude hoffentlich ohne Rücksicht auf Verluste Mission accomplished und ja ja dann lassen diese Video Sequenz noch ja 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 so und damit beten wir auch das Let's Play für den heutigen Tag wir verabschieden uns ob der Mike gerade an einem Rechner beschäftigt ist der konzentriert sich über andere Sachen und der schämst du dich nicht nein gar nicht doch anhört ich auch gar nicht von dahinten aber egal so dann verabschiede ich mich in seinen Namen auf wiedersehen bis zum nächsten Mal nachdem bist da da dann das es ich